Liebe Gemeinde, dieses Wochenende, in dem wir gerade drin sind, ist ein ganz seltsames Wochenende oder ein ganz volles Wochenende. Es ist ein Wochenende, wo ganz viele Festtage irgendwie zusammenfallen. Ganz viele Menschen feiern ganz unterschiedliche Dinge und deswegen bin ich heute auch, anders als in den vergangenen Wochen, nicht im Grün, als der Farbe der normalen Feiertage, der normalen Sonntage, sondern in Rot, dem Tag der Feste, des Festes. Es sind ganz unterschiedliche Feste, die wir da feiern. Die katholischen Christen unter uns, die feiern Allerheiligen. Die erinnern sich am 1.11. an alle Heiligen, an die Wolke der Zeugen, all die Märzführer und diejenigen, die vor uns zu Gott gegangen sind. Die Protestanten unter uns, die feiern eher morgen, und zwar den Reformationstag. Das ist auch der Grund, warum heute die Farbe rot ist. Und Reformationsfest, also die Erinnerung an, ja, da werden wir nachher in der Predigt noch drauf kommen. Überlegt euch schon mal, an was wir uns erinnern. Ich stelle nachher die Frage, mal wieder eine von diesen Fragen, was feiern wir denn an dem Reformationstag eigentlich, oder an was erinnern wir uns? Dann gibt es natürlich die Menschen... An Luther. An Luther, ja, sehr gut, sehr gut. Und was hat Luther am Reformationstag gemacht, Frau Ott? Gut, ich erzähle es nachher in der Predigt. Nehmt mir meine Predigt noch nicht ganz weg. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die überhaupt gar nicht in der Kirche sind. Die feiern dieses Wochenende Halloween. Also diese Geschichte mit den Kürbissen und den Verkleidungen und so weiter. Und dann habe ich vorher mit einem Freund von mir gechattet, der ist Druide. Also der bezeichnet sich als Heide und hat mir gesagt, also wenn du schon predigst, Axel, dann predigt doch über unser Fest die Neuheiten, die predigt, die feiern nämlich Schameinen. Ich weiß nicht so ganz genau, was sie feiern, aber es hat was mit der Wintersonnwende oder so zu tun. Aber das sind so astrologische Dinge, die kapiere ich nicht. Also wenn das nachher irgendjemand weiß und uns darüber mehr sagen kann, gerne. Ich habe mir überlegt, über was soll ich denn heute predigen? Was predige ich denn heute an diesem Tag? Naja, ich bin Protestant von meiner Erziehung her und ich bin es auch von dem eigenen, bewussten Entscheiden her. Das Wort evangelisch, das wir ja auch benutzen als Beschreibung dessen, was ich bin, das gefällt mir irgendwie. Da finde ich mich wieder. Ich sehe mich in der Tradition der Reformatoren, Luther ganz besonders und Melanchthon, aber natürlich auch Kalbin und Zwingli oder ganz besonders als Württemberger natürlich der kleineren Reformatorin wie Johannes Prenz etwa. Johannes Prenz war Prediger in Schwäbisch Hallend, hat für diese Gegend, in der wir leben, ganz viel Reformation gemacht. Also ein Mann, der zusammen mit Luther den Katechismus geschrieben hat, also jene Lernhilfe zum Glauben, den die Konfirmanden in der evangelischen Kirche bis heute in Teilen auswendig lernen. Ich habe ihn selber gelernt vor vielen, vielen Jahren. Ich habe es vorher mal probiert, ob ich es noch zusammenkriege, was ich gelernt habe, aber musste feststellen, dass außer dem Anfang ich es nicht mehr kann. Ich kenne trotzdem die Geschichte der Reformation und weiß, an was wir denken. Nämlich, jetzt kommt die große Frage, an was denkt die Kirche am Reformationstag? An den Thesenanschlag der 95 Thesen an der Schlosskirche am 31.10.1517. Prüfungsfrage, immer gut, wenn man das weiß. Die römisch-katholischen Aussage zu Kirche und Kirchen verfolge ich aufmerksam. Ich denke darüber nach, wie sich die evangelische, die katholische, die anderen Kirchen verändern und was uns in unserer Zeit umtreibt. Das ist ein Teil dessen, was ich tue und was ich bin. Es sollte also überhaupt gar kein Problem sein, an einem Tag wie heute oder an diesem Wochenende eine Predigt zu schreiben. Es war so lange kein Problem, eine Predigt zu schreiben, bis ich mir angefangen habe, was soll eigentlich die Leitfrage für mich sein in dieser Predigt. Also, welche Frage stelle ich denn an diesem Wochenende? Meine erste Idee war, warum ich evangelisch bin. Aber da begann dann sofort ein Problem. Also nicht, dass ich nicht evangelisch wäre, aber müsste es denn nicht eigentlich, also korrekter für den Theologen richtig heißen, warum ich protestantisch bin? Oder, noch besser, warum ich nicht römisch-katholisch bin? Oder, für meine Situation als Pfarrer in einer freien Gemeinde, die nicht zur Landeskirche gehört, warum ich in dieser bestimmten, ja, evangelischen, protestantischen, Fragezeichen, nicht katholischen, ja, irgendwie anderen Gemeinde bin und nicht in irgendeiner anderen? Welche dieser Fragen soll ich denn jetzt eigentlich beantworten? Welcher dieser Fragen nachgehen? Sicher, man könnte jetzt historisch und politisch oder noch besser kirchenpolitisch reden. Aber ich will keine dieser Fragen stellen und beantworten. Ich glaube aber, dass diese Fragen heute, am Reformationsfest im Jahr 2010, also 493 Jahre nach dem Anschlag der Thesen von Martin Luther, gar nicht mehr so richtig relevant sind. Also diese Frage nach dieser Kirche, evangelisch, nicht katholisch, protestantisch. Die meisten Menschen in unserer Welt würden mit diesen Fragen nämlich überhaupt gar nichts anfangen können. Also stellen wir uns doch mal vor, wir wären so ein Radioteam, das auf der Königstraße eine Umfrage machen müsste, wie Sie das gerne im Fernsehen oder im Radio machen, in irgendeiner Stadt in Deutschland. Bei wie vielen Menschen hätten wir denn tatsächlich nach dem Grund des Reformationsfestes fragen können und dann tatsächlich gehört, 31.10.1517 Thesenanschlag Martin Luthers in der Schlosskirche. Ganz ehrlich, ich hätte das Jahresdatum auch nicht mehr gewusst. Also es ist peinlich für den Theologen, aber ich hätte es nicht mehr auswendig gewusst. Solche Sachen muss ich nachschauen. Ich bin mir sicher, auch in protestantischen Kerngemeinden wäre es nicht viel besser gegangen mit der Antwort als in katholischen Gegenden. Die Frage, die sich die Menschen doch heute viel mehr stellen, ist doch eine andere. Die Frage, die sich Menschen heute eigentlich stellen oder die ich mir eigentlich stellen muss, ist, warum ich in der Kirche bin. Warum um alles in der Welt bin ich eigentlich noch in der Kirche? Und es geht mir jetzt gar nicht darum, warum ich in der einen Kirchenorganisation bin und nicht in der anderen. Es geht mir auch nicht um den Unterschied zwischen evangelisch und katholisch und freikirchlich oder sonst wie. Sondern heute, 2010, geht es doch mehr und mehr darum, warum Menschen eigentlich überhaupt noch in die Kirche gehen. Und nicht viel mehr eben nicht in einer Kirche sind. So viele Menschen sind ja nicht mehr in irgendeiner Kirche und interessieren sich dafür, weder für das Gründungsfest der Protestantischen, noch für das Allerheiligenfest der Anderen. Halloween, das ist was, was die Leute interessiert. Da gibt es Partys dafür. Da kann man hingehen, heute Abend oder Morgenabend oder Sonntagabend oder wann auch immer. Aber warum bin ich eigentlich noch in der Kirche? Warum ich in der Kirche bin? Und warum das die Kernfrage für mich, für das Reformationsfest ist, das will ich euch erklären. Das will ich euch erklären anhand dem, was ich außerhalb der Kirche tue. Ich habe ja auch noch ein Leben außerhalb der Kirche. Ich habe ein Hobby. Viele von euch wissen das. Ich spiele Theater. Ich spiele Theater seit vielen Jahren und demnächst wieder. Ich freue mich schon sehr darauf, in einem englischsprachigen Musicaltheater hier in Stuttgart. Also von allen Orten dieser Welt spiele ich bei der amerikanischen Armee. Musicalabber, das ist ein anderes Thema. Ich spiele Musikits. Dort bin ich dann für vier Wochenenden ein anderer Mensch. Da schlüpfe ich in eine Rolle. Ich war Butler. Ich war Verkäufer in einem Weihnachtsstück. Ich war der korrupte Senator, der mitten im Stück erschossen worden ist. Das war spannend. Und ich war vor allem Zombie Nummer 1 in einer Horrorkomödie. Vor ein paar Jahren aber, da war einer meiner Höhepunkte. Da war ich ausgebeuteter Arbeiter. Da war ich im gleichen Stück in einer anderen Rolle betrunkenes Mitglied einer Bande von brutalen Schlägern und Dieben. Nennt sich hohe Schauspielkunst, denn an das einer glaubt. Und ich war ein revolutionärer Student, der für den Kampf für die Freiheit stirbt. Wir haben damals das Musical Les Miserables gespielt. Also die Geschichte einer der französischen Revolutionen. Das ist ein Musical, das sich auf einem Buch von Victor Hugo gründet. Und wenn ihr nun die Geschichte von Les Miserables nicht kennt, dann ist das gar nicht weiter schlimm. Es ist eigentlich noch nicht einmal so arg schlimm, wenn ihr das Musical nicht kennt. Aber die Geschichte des Musicals, die hat nämlich eigentlich mit der Predigt zum Reformationstext eigentlich herzlich wenig zu tun. Und ich will euch trotzdem ein paar Sachen daraus erzählen, weil der Anfang, der ist nun natürlich durchaus wichtig. Am Anfang dieses Stückes über eine Revolution in Frankreich, da spielte ich nämlich einen heiligen Bischof. Den heiligen Bischof von Dinje. Denjenigen also, der die ganze Geschichte in Gang setzt. Als heiliger Bischof sehe ich in den frierenden, hungrigen Jahren dieser Zeit den armen Helden der Geschichte. Nach 19 Jahren Zwangsarbeit, zu der er wegen des Diebstahl eines Brotes verurteilt worden war, ist er wieder frei. Aber er wird ausgegrenzt, von allen verspottet und verjagt. Diese arme Kreatur sehe ich nun auf der Bühne und ich, der Bischof, lade ihn ein. Heilig ich bin. In mein Haus, an meinem Tisch, biete ihm Brot und Wein. Ich biete ihm ein Bett für die Nacht. Einfach sei unser Leben hier im Bischofspalast, sage ich. Aber was wir hätten, das hätten wir dafür, um es mit anderen zu teilen. Was du dem Geringsten unter meinen Brüdern getan hast, das hast du mir getan, spricht Jesus Christus. Das einfache Leben des Bischofs bedeutet aber Silberbestec auf dem Tisch. Mehr wert als alles, was der Held in 19 Jahren hätte verdienen können. Und so stiehlt er es seinem vertrauensseligen Gastgeber und flieht hinaus in die Nacht. Dort kommt er nicht weit. Die Wachen fassen ihn, zerren ihn vor den Bischof. So, 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 mhm, geschenkt hätte der gute Bischof ihm das Silber also. Na, dann wollen wir mal hören, was der heilige Mann dazu sagt. Ja, das stimmt, sage ich, der Bischof. Und noch viel mehr. Diese beiden silbernen Kerzenleuchtern hatte ich dir doch auch gegeben, mein Freund. Ich nehme sie vom Tisch hin. Reich es ihm. Hast du sie hier vergessen? Hier, nimm auch sie. Und dann schicke ich die Wachen weg, die sich schon auf die gerechte Strafe gefreut haben und knie nieder neben den armen, geschundenen Helden und singe und sage. And remember this, my brother, seeing this some higher plan. You must use this precious silver to become an honest man. And then, by the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. Und vergiss nicht, mein Bruder. Sieh hier in den Plan Gottes. Du musst dieses Silber benutzen, um ein guter Mensch zu werden. Im Angesicht der Heiligen, des Leidens und des Blutes Christi, der Gnade Gottes hat dich Gott aus der Dunkelheit gewogen. Mit diesem Silber habe ich deine Seele für Gott gekauft. Das restliche Musical Le Miserable erzählt davon, wie der Held in einer dunklen Welt versucht, ein guter Mensch zu sein. Der heilige Bischof taucht dicht wieder auf in dem Stück, aber seine Musik, diese Melodie, hört man wieder und wieder, wenn der Held Entscheidungen treffen muss. Diese Szene ist vielleicht die schönste Szene christlicher Nächstenliebe, Vergebens und Verhaltens, die je in einem Musical geschrieben worden sind. Und es ist für mich wirklich Urlaub, diese Rollen zu singen. Sicher, der betrunkene Schläger, den spielen zu dürfen, das macht Spaß. Den vor revolutionären, feuerbrennenden Studenten zu spielen. Der Kämpfen stirbt, das ist ein tolles Erlebnis. Aber der heilige Bischof zu sein, das ist etwas Schönes, etwas Erhabenes. Hört, was der Bischof tut, was er sagt. Seht, was geschieht im Leben eines Menschen, der die Liebe Gottes durch einen anderen Menschen erfährt. Nehmt euch ein Beispiel an mir, dem heiligen Bischof aus dem Musical. Liebe Gemeinde, genau da, genau an diesem Punkt, kommt jetzt die Kirche ins Spiel. Denn genau hier ist, was die Bühne von der Kanzel unterscheidet. Hier ist, was den Unterschied macht zwischen der Kirche und der Bühne, zwischen Theater und Gottesdienst, zwischen Musicalspielen und Leben. Denn im Theater, im Theater, da spiele ich nur. So wenig, wie ich ein betrunkener Schläger bin, oder ein junger Revolutionär, der den Revolutionären reden, andere Revolutionären lauscht, so wenig bin ich ein heiliger Bischof. Es ist eine Rolle, die ich spiele. Wo ich mir für drei, vier Minuten eine Soutali überziehe, die Hände falte und singe. Und die Menschen im Theater, sie sehen einen Schauspieler, der einen Bischof spielt. Und wenn sie das Programm hineinschauen und das aufmerksam lesen, dann amüsieren sie sich vielleicht darüber, dass dieser Schauspieler dort oben in seinem wahren Leben Pfarrer ist. Aber was zählt, das ist die Aufführung, nicht das wahre Leben. Zählen tut nur das, was da vorne auf dieser Bühne passiert. In der Kirche, im Gottesdienst, in der Gegenwart Christi, in unserem Leben, geht es aber nicht ums Spielen, nicht ums Scheinen, sondern in unserem Leben, liebe Gemeinde, geht es ums So-Sein. Es geht nicht darum, für ein paar Minuten pro Woche während des Gottesdienstes etwas darzustellen und sei es noch so christlich. Sondern es geht darum, dass wir unser Leben, unser wahres, wirkliches Leben, unser tagtägliches Leben, immer wieder reformieren lassen, erneuern lassen, evangelisch machen lassen. Evangelisch jetzt nicht im Sinne von einer Landeskirche, sondern evangelisch im Sinne von ausrichten nach dem, was uns das Evangelium sagt. Reformieren, also neu aufbauen, wieder formen lassen, nach dem Evangelium ausgerichtet zu protestieren, protestant in dieser Welt zu sein und zu sagen, so nicht in dieser unserer Welt. Den Einspruch zu formulieren, aus dem Evangelium heraus, gegen die Welt, gegen die Regeln und gegen das, was da teilweise passiert. Sicher, auch in meinem Theaterstück geht es darum, von Nächstenliebe zu reden und zu singen. Auch dort geht es darum, dass sich das Leben eines Menschen verändert. Aber es ist eben nur Theater, auch wenn auch mit einem guten Inhalt. Aber auf der Bühne trage ich ein geliehenes Bischofskostüm und spätestens nach drei Stunden Musical ist das vorbei und dann hängt das Kostüm wieder am Haken. Leben als Christ, als Protestant in dieser Welt, als Evangelischer in dieser Welt, der sich ausrichtet oder für die katholischen Freunde unter uns, als Katholischer, der weiß, dass diese eine Welt eine Welt ist und weltweit wir denken müssen. Leben als Christin und Christ ist ganz anders. Hier ziehen wir uns keine Kostüme an, auch wenn ich jetzt in einer roten Kassel hier stehe. Hier sind wir nicht für eine oder anderthalb Stunden jemand anders, sondern hier kommen wir als ganze Menschen mit all dem, was uns ausmacht. Und wir sind eingeladen, nein, wir sind gerufen als ganze Menschen. Auf der Bühne, da muss ich einen Teil von mir zurücklassen. Hier dürfen wir nichts zurücklassen. Hier gibt es nicht Schauspieler, die Schauspielern und für eine kleine Weile so tun, als wären sie Heilige oder Verurteilte, sondern hier kommen wir zusammen als ganze Menschen, die ein ganzes Leben leben und bei denen nicht irgendwann nach ein, anderthalb Stunden am Ende der Musik und der Applaus der Vorhang fällt, sondern wir sind hier gerufen als Menschen, als Verurteilte und als Gerettete, als Menschen und Heilige von Gott gerufen, hier unser Leben zu leben und zu beginnen. Warum ich in der Kirche bin und damit evangelisch und katholisch und protestantisch? Weil es hier keine Zuschauer gibt, die zuschauen. Kein Drama, das hier vorne abläuft und dem man dann mehr oder weniger beteiligt oder unbeteiligt zusehen kann. Wer hier vorne schon von mir erwartet und dann meint, damit hat es sich, der ist hier am falschen Ort, liebe Gemeinde. Ihr wisst es alle, ihr kennt mich gut genug, ich bin gerne hier vorne. Aber wenn es sich hierauf beschränkt, dann ist es zu wenig. Hier gibt es keine Bühne und einen Zuschauerraum, sondern wir sind alle miteinander in der Bühne und dem Zuschauerraum unseres Lebens. Hier in der Kirche, in der Gemeinde, im Leben, in Christus geht es ums Ganze. Da geht es ums Mitmachen, da geht es ums Dabeisein. Hier geht es darum, dass wir im Gottesdienst, in der Gemeinde dabei sind, unseren Teil beitragen und einbringen. Ja, das bedeutet vorher aufbauen, nachher abräumen. Das bedeutet, sich da hinzusetzen und ein Gespräch zu führen. Das bedeutet aber auch, sich selber mitzubringen und zu sagen, ich brauche dieses Gespräch. Gemeinde heißt mitmachen und nicht erwarten, dass der Pfarrer oder der Gemeindevorstand irgendetwas weiß. Mir wurde kürzlich gesagt, du mir ging es in der letzten Zeit so schlecht. Ja, woher soll ich es denn wissen? Habe ich eine Glaskugel, in die ich reingucken kann? Nur im Miteinander auf dem Weg sein, kann aus dieser Gruppe von Menschen Gemeinde werden. Es geht vor allem darum, dass wir dabei sind in unserem ganzen Leben und mit unserem ganzen Leben. Und Leben in Christus bedeutet dann eben nicht, dass man am Sonntagmorgen irgendwo hingeht oder am Samstagabend bei irgendeiner Aufführung dabei ist, sich unterhalten, aufbauen und trösten lässt, vielleicht auch sich heilen lässt. Sondern Leben in Christus bedeutet, dass unser tägliches Leben sich verändert. Unser normales Leben sich verändert. Dass diese Zeit hier im Gottesdienst vielleicht eine Pause ist. Vielleicht so eine Art Steckdose, wo wir unsere Batterien aufladen können. Aber dass wir dann in unserem Leben unterschiedlich leben. Unterschiede leben. Einen Unterschied machen. Einen Unterschied machen, leben von anderen. Christ sein bedeutet, sich durch Christus reformieren und verändern zu lassen. Da können wir dann schon vom heiligen Bischof auf der Bühne lernen, was diese Veränderung bedeuten kann. Oder mit dem Helden sehen, wie wir an dieser Veränderung arbeiten sollen. Aber es geht hier um mehr. Hier geht es darum, dass jede und jeder von uns der heilige Bischof ist. Der anderen Menschen das Leben eröffnet und ermöglicht. Jeder und jede von uns ist gerufen, unseren Tisch zu teilen, wenn wir etwas darauf haben. Manchmal auch, wenn wir wenig darauf haben. Ich glaube fest, dass wir im Teilen mehr haben werden. Hier geht es darum, dass jeder und jeder von uns dieser Held oder diese Heldin ist, der Ungerechtigkeit widerfahren ist. Und der sich dann trotzdem aufmacht, um diese Ungerechtigkeit nicht einfach weiterzugeben, sondern einen Versuch eines neuen Lebens zu wagen. Wir, liebe Gemeinde, ihr seid die Heldinnen und Helden in eurem Leben. Und es ist Jesus Christus, der uns immer wieder unser Leben verändert. Und wir müssen uns dann bewegen, auf den Weg machen. Was im Theater auf der Bühne beginnt, das endet im Theater auch auf der Bühne. Im Theater ziehe ich am Ende das Bischofskostüm aus und bin einfach wieder nur Axel allen Stärken und Schwächen. Im Gottesdienst, im Leben in Christus, brauche ich meine Stärken und Schwächen nicht hinter einem Kostüm zu verstecken. Brauche ich nichts zu tun, als wäre ich ein anderer. Sondern ich darf dann auch meine Stärken einbringen und meine Schwächen heilen lassen und verändern lassen. Und ich darf verändert weitergehen. In der Kirche bin ich ganz da, ohne Kostüm. Hier zählt das Leben, nicht eine Aufführung, nicht eine Rolle. Reformationsfest, das Fest aller Heiligen, aller derer, die mit Gott auf dem Weg sind. Also auch euer Fest. Reformationsfest 2010, darum geht es. Nicht um das Leben in verschiedenen Kirchen oder in verschiedenen Traditionen, sondern es geht um das Leben mit Christus, der uns immer wieder neu aufbaut und uns immer wieder neu ausrichtet. Amen.